Monika Baumgartner über Bergdoktor aus, dann wären wir schnell weg vom Fenster. Seit 2008 spielt Monika Baumgartner, 72, bei der Bergdoktor Lisbeth Gruber. Doch, wie lange kann sich die ZDF-Serie noch halten? Ich denke, es steht und fällt mir den Einschaltquoten. Wenn die nicht mehr stimmen, wären wir schnell weg vom Fenster, sagte die Schauspielerin im Interview mit Hallo München. Alles, was nicht funktioniert, wird aus dem Programm genommen, egal wie lange es schon im TV gelaufen ist. Punkt Die Quoten bei der Bergdoktor stimmen nach wie vor. Die Folgen der 16. Staffel sahen durchschnittlich 6,3 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil bei den 14-49-Jährigen lag bei knapp 22%. Baumgartner ist jedenfalls froh und dankbar bei der ZDF-Serie dabei zu sein. Die anderen Bergdoktor-Darsteller seien mittlerweile wie eine zweite Familie für die 72-Jährige. Dadurch, dass wir ja doch einige Monate im Jahr zusammen sind und uns immer noch gut verstehen, ist klar, dass das wie eine zweite Familie geworden ist, so Baumgartner. Am 4. Januar 2024 wird die erste Folge der 17. Staffel der Bergdoktor mit dem Titel Der Blick nach vorn im ZDF ausgestrahlt. In der ZDF-Mediathek kann sie bereits eine Woche vorher gestreamt werden.der Bergdoktor, Feenhammer. So kannst du Hans Siegel persönlich treffen. Seit 15 Jahren begeistert Hans Siegel, 54, mit seiner Rolle als Dr. Martin Gruber bei der Bergdoktor-DTV-Zuschauer. Jetzt haben Fans der ZDF-Serie die Möglichkeit, den Schauspieler ganz persönlich zu treffen, vorausgesetzt, man verfügt über das nötige Kleingeld. Denn Hans Siegel und Co. versteigern ein Mietentret am Bergdoktor-Set am Wilden Kaiser in Österreich. Über United Charity können sich Fans der Heimatserie noch bis zum 15. Dezember überbieten. Das aktuelle Höchstgebot liegt bereits bei 5000 Euro, Stand, 18. November, 12 Uhr. Sie können Hans Siegel und seine Kollegen persönlich bei den Dreharbeiten zur 18. Staffel der Serie besuchen und einen Blick hinter die Kulissen werfen, heißt es auf der Webseite. Der Erlös aus der Versteigerung geht ohne Abzug von Kosten an die Nikolaidis Young Wings Stiftung, eine bundesweit tätige Anlaufstelle für junge Trauernde. Deren Hilfsangebote richten sich neben Erwachsenen bis zum Alter von 49 Jahren, deren Lebenspartner verstorben ist, auch an Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zum Alter von 27 Jahren, die einen Elternteil oder beide Eltern verloren haben. Außerdem bietet die Nikolaidis Young Wings Stiftung eine Online-Beratungsstelle für junge Trauernde von 12 bis 27 Jahren an, über die Kinder und Jugendliche 24 Stunden und an sieben Tagen in der Woche professionelle Hilfe erhalten und sich auch untereinander austauschen können. Der Bergdoktor-ZDF strahlt 17. Staffel wohl ab Anfang Januar aus Punkt einen Ausstrahlungstermin für die 17. Staffel der Bergdoktor hat das ZDF noch nicht bekannt gegeben. Voraussichtlich dürfen sich die Fans der Serie aber auf Anfang Januar 2024 einstellen, wobei die erste Folge der vergangenen Staffel bereits am 29. Dezember im TV ausgestrahlt wurde Punkt zudem sind die neuen Folgen immer eine Woche vorab in der ZDF-Mediathek abrufbar. Hans Siegel hat bereits eine geheimnisvolle Andeutung für die 17. Staffel der Bergdoktor gemacht. ZDF-Mediathek 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020